Ich habe bei einem YouNow, ich liebe diese Plattform, wirklich, die ist ja so grandios, einem YouNow Singer Contest teilgenommen. Da ich ja nicht singen kann, musste ich ja irgendwie anders teilnehmen. Und viel Spaß dabei. Ich hoffe, ich habe mich nicht blamiert. Nein, ich blamiere mich doch nicht. Ich doch nicht. Ich bin's hier, ich bin der hier, hier. Erstmal muss ich ein schönes Bild von mir aufzeichnen, weil ich werde gleich an einem Gesangskontest teilnehmen auf dieser Behindertenplattform. Ich hasse diese Plattform, ey. Guck mal hier, was für Gestalten da auftreten. Ich mache da jetzt mit als... Hey, ich bin es, der Spasti. Okay, alles klar? Wir rocken das Haus gleich. Halt die Fresse hier, ey. Kann man die ausstellen? Schnäpfel, schabracke, olle. Irgendwann kann man also daran teilnehmen. Ich muss jetzt warten, bis ich eingeladen werde, aufgerufen werde. Und dann schalte ich in den Spasti-Modus und werde einfach mal... Einfach mal zeigen, was ein Spasti hier kann. Ich habe nämlich ein Talent, ich kann nämlich singen. Scheiße hier. Ich habe es geschafft. Geht es jetzt? Ich bin live. Geht es, endlich. Ich bin live. Okay. Oh Gott, wecken. Entschuldigung. Ich höre dich leider nicht. Was? Geht wieder, geht wieder. Oh Gott. Leute, hört ihr ihn? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ihn hört. Ich bin stumm. Du bist, glaube ich, stumm, Regen. Das ist ein technisches Debakel, aber cool. Kann man mich jetzt hören? Nein, nein. Okay, man hört... Hallo, guten Tag. Yes! Ah! Ja, ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ah. Krass. So. Jetzt aber. Dann würde ich sagen, es geht gleich los. Okay. Was präsentierst du uns heute? Von David Hasselhoff. True Survivor. Kennst du das? Danke, Brüder. Viel Spaß, Sprecher! Moment. Oh, meine Nase. Was passiert? Au! 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 Ich habe Nasenbluten. Scheiße. Mama! Ich habe Nasenbluten. Ich habe Nasenbluten. Scheiße. Ich blute. Oh, Scheiße. Was ist los? Oh, Scheiße. Ich blute. Oh, nein. 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 Was ist mit mir passiert? Oh, nein. Mama! Ich habe Nasenbluten. Mama! Wo bist du? Oh, Hilfe. Scheiße. Ich habe Nasenbluten. Warte, hoffen wir auch. Mach bei den Crazy Contest. Das ist mit Dragon Crazy Contest mitmachen. Ich hoffe, du hörst mich noch. Danke. Was ist mit der Contest heute vorkommt? Wie beim Resteessen, bei den Geburtstagsfeiern. Da kommt alles auf den Tisch. Spaß an den Vortagen. Jeder wollte. So, liebe Leute. Das ist echt cool. Kann man das erkennen? Hallo, lieber Bruder. Du bist das schuld. Ich habe nämlich gerade bei einem Gesangscontest vor einigen hundert Leuten auf YouNow mitgemacht. Da sucht man ein neues Singtalent. Und wie man sieht, ich habe daran teilgenommen. Und alle haben gelacht. Habe ich alles aufgenommen. Ich hoffe, es hat funktioniert. Nicht. H öneml zu werden. Humin.